Die aktuellen Wahlumfragen liegen deutschlandweit für die CDU zwischen 28 und 30 Prozent. Platz 2, die Grünen mit irgendwas zwischen 18 und 20 Prozent. Platz 3, die SPD bei irgendwo 16 Prozent. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video des absoluten Wahnsinns am 27.07. Ja, wir sind dann mal weg. Liebe Gata, zu deinem Kommentar von gestern. Doch, Sie sind es. Ich habe dann für Bayern mal geschaut. Die CSU liegt immer noch bei 37 Prozent. Platz 2, ebenfalls die Grünen liegen auch irgendwo bei die 20 Prozent. Denn ich weiß nicht, warum ich in dem Land verdarren sollte, wenn doch die Bevölkerung den Wahnsinn gerne hätte. Nimmt man sich dann noch die Aussagen von einem Braun, der anscheinend mit dem Thema Demokratie und vor allem Grundgesetz so überhaupt nichts am Hut hat, wo ist eigentlich da der Verfassungsschutz, der da den, wie heißt der so schön, Kanzleramtsminister überwacht? Nimmt man sich die Aussagen von Lauterbach, von Kretschmann, dann muss man irgendwo der Realität ins Auge sehen und nicht hoffen, dass da irgendwas sich zum Bessern wendet. Entgegen jeglicher wissenschaftlicher Nachweise wird auf eine Pflicht gepocht. Schaut mal nach Australien, die liefern sich einen harten Kampf, wer jetzt besser drauf ist, ob Nordkorea oder Australien. Und ich bin überzeugt, das wird bei uns nicht viel besser in dem Deutschland. Die Bevölkerung setzt sich hin, schluckt das alles, alles, egal wie, sie morgen ein wenig drauf los. Die Bild-Zeitung schießt jetzt eine Nebelkerze nach der anderen. Es ist ja, seit einer Woche, muss ich sagen, geben die richtig Gas. Allerdings ist die Behandlung immer wieder das Thema. Ich habe jetzt gestern noch ein paar Video-Ausschnitte gesehen, aber ich sage, die greifen jetzt schon richtig an, auch mit der Frage, wer bitte sind die Ordnungsämter, ganz genau, wer bitte sind die Ordnungsämter, welche Gewalten haben die? Die führen sich da auf, wie wenn einer irgendwas kann. Liebe Leute, lasst euch von irgendeinem Ordnungsamt-Fuzzi einfach mal nichts gefallen. Er hat nichts zu melden. Die führen sich da auf, wie die Oberpolizisten, das sind sie nicht. Sie haben keine polizeilichen Rechte, haben sie nicht. Die haben nicht mehr Rechte, wie jeder andere Bürger auch. In dem Zweifel verklocht die bis zum Geht-nicht-mehr. Und wenn sich ein Amtsmitarbeiter so aufführt, kann man den auch privat verklagen. Klocht's nur einfach, klocht nur alles kaputt. Schließt euch zusammen, kauft euch einen Rechtsanwalt und dann aber drauf, auf Schadenersatz und, 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 und. Die müssen in Grund und Boden landen. Meistens sind sie ja keine Beamten, also sind sie auch nicht vom Beamtenrecht geschützt. Macht die kaputt. Macht sie rechtlich, natürlich nur rechtlich, nach Recht und Gesetz kaputt. Und jeder, der da sich aufmantelt, gleich zeigen, wo die Grenzen sind. Sie haben nichts zu melden. Das gibt es in anderen Ländern, dass sie so eine, wie man das nennt, Stadtpolizei oder so haben. Das gibt es in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland eine Bundespolizei, eine Landespolizei, Ende der Veranstaltung. Und wenn da eine Mahner, sie machen ihre private Polizeibehörde auf, dann hat derjenige einfach Pech gehabt. Gibt es nicht. Punkt. Allen Respekt der Nena, die da mal nicht nur Sprüche ablässt, sondern auch Taten zeigt. Wobei sie das eigentlich schon immer macht. Und da sollten sich ja mal andere, wie da der Niede gehen und dann die ganzen Luftbomben da, einfach mal Beispiel dran nehmen. Diese Frau steht wie ein Fels in der Brandung und verteidigt unser Grundgesetz. Und ihr, ihr, ihr Geschäftemacher, ihr billigen, ihr dreht euer Fähnchen in jedem Wind. Ja, und dann, was die Politiker so von sich geben, das ist ja unglaublich. Da gibt es eigentlich nur noch sofortige Entlassung, Verfassungsschutz, Generalstaatsanwaltschaft. Ich meine, wir sind ja da jetzt nicht mehr im Kasperdiater. Da sind wir ja nicht mehr im Ordnungswidrigkeitenbereich. Wir treuen da aber sowas von dermaßen im Strafgesetzbuch rum. Das interessiert niemanden. Im Gegenteil, da die Bürger, ja, na, wenn der das sagt, hat er doch recht. Und mich macht das kaputt, wie in einer Vierteljahr annähernd eine komplette Bevölkerung gesellschaftlich, wie wenn sie dann was ausgebaut hätten. Ehrlich, ohne jeglichen Verstand rennen, die geht dem Blabberschwachsinn hinterher. Das ist Irrsinn. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach zu hoch für mich. Aber was soll's. Man muss einfach da die Realitäten jetzt auch sehen. Wir ziehen unsere Konsequenzen. Wenn unser Plan einigermaßen aufgeht, wenn wir positiv aus der Situation rauskommen, was mit dem Deutschland ist, C'est la vie, ist, wie es ist. Die deutsche Gesellschaft möchte das so. Will ich auch die österreichische. Dann will ich die deutsche Gesellschaft und die österreichische nicht an ihrem Untergang hindern. Ist halt dann so. Egal. Ich werde jetzt die nächsten Tage einmal munter durch die Themen springen. Meine Aufrufzahlen gehen konstant rückwärts. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist aber so. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht den Trash da bringen, den anderen da abliefern. Am Ende noch irgendwo in Katastrophengebiete mit der Kamera von vorne werde ich nicht machen. Da gibt es genügend, die das machen. Ich muss mich da nicht einmal als Premium-Gaffer da hinstellen. Wenn das die Leute nicht mehr sehen wollen, dann ist es eben so. Ich muss davon nicht leben. Ich werde jedem noch weiter Videos machen, weil es mir Spaß macht. Einfach aus dem Grund auch, um das zu dokumentieren. Um einen Nachweis zu haben. Wenn das Ding irgendwann durch ist und auch das tausendjährige Reich hat nur zwölf Jahre gehalten, dass ich sagen kann, liebe Leute, kommt mir nicht so. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es tagtäglich gesagt. Ihr wollt jetzt nicht hören. Ich weiß, dass ein treuer Zuhörerstamm da ist, der meine Meinung ist oder meine Meinung teilt. Irgendwie ist das ja komisch. Ich habe keinerlei kritische Kommentare mehr. Die Daumen gehen alle zu 100 Prozent nach oben. Also irgendwie haben wir uns in einer Blasen festgefahren. Ich erreiche auch keinen Menschen mehr, der das eigentlich nicht schon weiß, was gerade läuft. Aber es ist egal. Wie gesagt, wir dokumentieren. Ihr dürft gerne kommentieren. Dann könnt ihr auch sagen, wir haben es doch hingeschrieben. Was wollt ihr denn überhaupt? Um den Rest der Welt? Egal. Sie brüllen nach Untergang. Lasst es untergehen. Mein Video. Unser Video. Zur Burg Ruine Primter ist jetzt hochgeladen. Ich habe dann Sonntag noch den Artikel geschrieben. Montag, das Video ist was zur vor allem Entspannung. Ich habe mich mit Text zurückgehalten. Einfach mal draufdrücken. Natur genießen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen.